Welche sind nun die wichtigsten Skills, die Sie für die Fachsprachenprüfung brauchen? Es ist nicht ganz so einfach, wie Sie vielleicht denken, die Sache ist etwas komplexer, aber dafür haben Sie mich ja. Nun, im Bereich der Fachsprache, also der ärztlichen Sprache, brauchen Sie die für die Patientenvorstellung, für das Arzt-Arzt-Gespräch natürlich und hierfür eignen sich am besten das Videomodul Arzt-Arzt-Gespräch und das ist im kompletten Videokurs enthalten, über 200 Stunden Video, die Sie dort haben. Die Fachsprache lässt sich nochmal unterteilen in den Fach Wortschatz, also die Fachbegriffe. Dann brauchen Sie die richtige Aussprache. Hierfür ereignen sich diese Mittel. Grammatik, haben Sie diese Lösungen und die schriftliche Dokumentation, haben Sie diese Lösungen. All diese, dies finden Sie mit den Links entsprechend im, was ich den ultimativen FSP-Guide nenne, in dieser Mindmap, in den kostenlosen Experten-Tipps FSP und das finden Sie natürlich auf der Webseite www.fachsprache.org. Haben Sie kostenlos Zugang. In der Allgemeinsprache oder auch Patientensprache genannt, ist natürlich Quatsch, weil natürlich auch Nicht-Patienten so reden, also alle medizinischen Laien sprechen ja in der Allgemeinsprache. Dies brauchen Sie natürlich für die Anamnese, für die Aufklärung über Eingriffe. Und hier gibt es auch verschiedene Dimensionen und Aspekte. Das Hörverstehen müssen Sie trainieren. Sie müssen, wenn der Schauspieler oder Prüfer mit Ihnen redet als Patient, müssen Sie verstehen, was der sagt. Sie müssen Fragen des Patienten verstehen, selbstverständlich und dessen Angabenlösungen, sind das Videomodul oder der komplette Kurs. Sie werden sehen, dass in der Regel der Komplettkurs und das Komplettpaket eine gute Wahl ist, weil die meisten von Ihnen haben ja Lernbedarf in verschiedenen Themen. Und dann macht es einfach Sinn, das Komplettpaket zu haben. Auch ist das günstiger als die einzelnen Module. Also macht das natürlich sehr viel Sinn. Einen Wortschatz kriegen Sie vor allem über das E-Book. Auch hier empfehle ich die kostenlose Variante. Sie sehen also, viele Dinge kriegt man auch kostenlos. Aussprache ist wichtig und wiederum Grammatik. Die Anamnesefragen sollten Sie regelrecht auswendig lernen. Und Grammatik trainieren Sie mit diesen entsprechenden Mitteln. Wie gesagt, alles finden Sie ja in der MeinMap nochmal zum Nachlesen und direkt hier zum Klicken. Dann kommen Sie direkt dahin, wo Sie hin müssen. Fachwissen, also grundlegendes Wissen auf FSP-Niveau, ist auch wichtig und nötig. Man kommt nicht ganz ohne Fachwissen durch die FSP. Sie müssen die Struktur der Anamnese kennen und auch richtig reagieren können auf bestimmte Angaben des Patienten. Dafür braucht man Fachwissen. Die typischen Symptome wichtiger Erkrankungen müssen Sie kennen. Ganz wichtig, Diagnostik und Symptomatik sind so die wichtigsten fachlichen Aspekte in der FSP. Laborwerte, selbstverständlich sollten Sie grundsätzlich kennen. Und Medikamente, die entsprechenden Lösungen, naja, ich glaube, Sie haben verstanden, wie es hier funktioniert. Skills, die Sie nur in der FSP brauchen, also die so nicht wirklich in der Klinik oder Praxis stattfinden, sind zum Beispiel dieses Buchstabieren von Namen. Das ist was, was machen Sie eigentlich selten, weil in der Klinik und so weiter stehen die Patientendaten immer schon auf dem Aufnahmebogen oder auf dem Kleber. Das heißt, das ist was. Das sollten Sie können und kennen, aber das brauchen Sie nur in der FSP. Das sind die wichtigsten Skills und das macht so mehr Sinn, als über die Prüfung so nachzudenken, als wäre die nun diese drei Teile, schriftlich, mündlich und im mündlichen. Das ist das Gespräch mit dem Patienten und da, 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 da. Das sagt Ihnen ja noch relativ wenig über die Skills. Aber das ist hier nun das Ergebnis aus sehr viel Erfahrung, worauf es nun wirklich ankommt. Und jetzt können Sie für sich selber mal prüfen, wenn Sie sich diese Liste anschauen, all diese Begriffe in dieser Farbe hier, könnten Sie das. Und wenn Sie dann wissen wollen, was Sie tun müssen, um besser zu werden, sehen Sie hier den entsprechenden Vorschlag. Schauen Sie auch die anderen Videos an aus dieser Serie, der ultimative FSP-Guide, fand ich einen ganz netten Titel, nämlich wann und mit welchen Hilfsmitteln sollten Sie arbeiten. Also in Abhängigkeit von der Zeit und noch ein paar Tipps zu Protokollen und zur Hospitation. Das mache ich aber für Sie in separaten Videos. Viel Erfolg und viel Spaß dabei.